Heute habe ich irgendwie gar nichts geplant, voll langweilig und außerdem, ach ja, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ich wollte mich ja nochmal bei Luca entschuldigen, also was heißt entschuldigen, aber dass ich ihn halt bei der Party letztens nicht gefragt habe, ich meine, er war ja noch da, was ich ziemlich cool fand, aber ich wollte ja trotzdem nochmal mit ihm sprechen. Hey Luca, ganz kurz, also ich wollte mich nochmal mehr oder weniger entschuldigen, ganz kurz, also sorry, dass ich dich letztens halt nicht erst eingeladen habe, ich meine, du warst dann ja da und so, was auch gut war und naja, wie auch immer, hast du heute Abend schon was vor? Hi, äh, ja, ach, Schnee von gestern, äh, ich glaube buchstäblich, nee, ähm, war am Ende ja doch noch alles gut, die OP ist tatsächlich auch gut gelaufen, ich habe heute endlich mal einen freien Abend, deswegen, äh, nö, geplant habe ich jetzt nichts, also, wieso? Ah ja, dann passt der gut, naja, ich dachte nur, ich meine, guck mal, wir sind ja eine WG und letzten Endes, man geht sich ja oft aus dem Weg und so, man macht so sein Ding, deswegen dachte ich vielleicht, äh, hast du Lust, heute mal einen Filmabend zu machen, ich meine, wir können auch von mir aus gucken, was du willst, aber bitte nicht diese komischen Scrubs, die Anfänger oder diese komischen Art-Serien, also alles nur das nicht, okay? Ähm, ja, klingt eigentlich cool, also mit den Serien, keine Ahnung, dann suchst du halt irgendwas aus, also da weiß ich jetzt tatsächlich auch nichts anderes, ähm, dann besorge ich noch Popcorn, okay? Ach, Luca, weißt du was, äh, ich geh grad los, Popcorn und ich wollte eh noch mal Milch kaufen, ich bring auch noch Schokolade mit und paar, äh, Gummibärchen, na, bis später. Leute, ach, hier ist schon wieder ein Sonnenschein, ich bin wieder zu Hause, Melody, Luca, ach, Luca, du Goldschatz, wie geht es dir? Ach, ich hab dir so viel zu erzählen, ich war ja in der Natur und ich hab so gut geatmet, ha, das stimmt. Du kratzt auch wie eine Sonne, dein Oberteil ist gelb, dein Buch ist gelb, wie so ein richtiges Goldstück. Wie geht es dir? Also, ach nein, ich erzähl dir einfach, wie es mir geht. Also, ich habe mich reflektiert und analysiert und, äh, naja, auf jeden Fall, ich hab nachgedacht. Bei dem Yoga-Seminar? Äh, Yoga-Seminar? Nein, ich war doch, äh, in, in der Natur und da haben wir ganz viel geatmet. Also, da war auch so mal, also ein bisschen Yoga war auch dabei, aber eigentlich ging es hauptsächlich darum, zu atmen. In der Natur. Und auf jeden Fall, was ich dir sagen will, es tut mir leid. Was? Also, äh, also, ja, weil, äh, letztens hier, es gab ja dann doch so ein bisschen negative Energien, so, äh, untereinander. Und, äh, und, äh, deswegen wollte ich sagen, es tut mir leid. Und deswegen, äh, damit du auch weißt, wie leid es mir tut und dass es wirklich von ganzem Herzen ernst gemeint ist, habe ich uns so Theaterkarten gekauft. Also, was für Theater, das ist eben so ein Tanzstück, äh, keine Ahnung, was da, also, da wird irgendwie so getanzt. Und das waren die letzten Karten, also, ich hatte richtig Glück, weil die waren eigentlich schon ausverkauft. Und, ja, genau, für heute Abend ist das schon, also irgendwie in, ach, wir müssen auch sofort, äh, uns auf den Weg machen. Wir müssen die Ersten sein. Moment, ist das das, was, wovon Melody erzählt hat, wo die ganzen Karten schon ausverkauft waren? Keine Ahnung, ich habe Melody nicht gesehen die letzten Tage, aber, aber sie macht ja auch mit Karten. Naja, weiß nicht, aber das kann, das kann es ja eigentlich nicht sein, wenn du noch Karten bekommen hast, also, außerdem hat sie ja heute Abend sowieso nichts vor. Ja gut, dann lass uns gerne hingehen. Cool. Cool. Ich freue mich, dass du meine Entschuldigung angenommen hast. Ja. Ja, wir können los, äh, aber ein bisschen schicker kannst du dich schon nochmal anziehen. Und vielleicht können wir noch vorher kurz einen Tee trinken, so einen Kamillentee, weil der ist auch gelb wie die Sonne. Ne, okay, dann sag einfach, wann es losgeht. Okay. Luca, also, ich habe leider die Milch vergessen, ich habe Schokolade und Popcorn und, äh, äh, hi Sunny und wo wollt ihr denn hin? Äh, hallo? Ach, Melody, du Sonnenschein, schön dich wieder zu sehen. Ach du, wo wir hinwollen, wir wollen in dieses Tanzding, Dingens da, äh, dieses Tanzstück, was doch so, äh, ausgebucht ist, weil, äh, da gab es ja gar keine Karten mehr. Und ich habe die letzten ergattert und die habe ich dann dem Luca geschenkt, damit er meine Entschuldigung von Herzen wieder annimmt. Und ja, und du bist ja da auch dabei, hat er auch erzählt, ne? Dann sehen wir uns. Moment mal, das habe ich nicht erzählt. Ja, bitte, was? Meint ihr etwa diese, äh, äh, das, das Stück heute ist total ausverkauft, nicht mal ich habe Karten und, Luca, wir waren doch verabredet, also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich meine, ich werde extra einkaufen, äh, was soll das jetzt bitte? Ja, ach, ich glaube, ich bin da sehr durcheinander gekommen, ich weiß gar nicht so genau, wie ich mich jetzt überhaupt erklären soll. Also, ich meine, so einen Filmabend können wir ja auch theoretisch jeden Abend machen, deswegen, die Theaterkarten sind ja schon echt cool und ich dachte eigentlich so, das wäre dann nicht das Stück, von dem du eigentlich erzählt hast, weil, das war ja eigentlich schon ausverkauft, also keine Ahnung, wo du die Karten jetzt herbekommen hast, aber, äh. Wie auch immer, lass uns doch einfach mal los, oder? Das wird super, aber schade, dass du nicht dabei sein kannst, hihi. Also, ich weiß echt nicht, was ich schlimmer finden soll, dass du jetzt hier irgendwie, äh, da einfach so absaust, also ich meine, du, kann man ja vorher auch mal sagen, und, oder dass Sunny jetzt auf einmal versucht, sich da einzuschneiden, check ich auch überhaupt nicht. Außerdem, du sagst die ganze Zeit, Sunny nervt dich, Entschuldigung, Sunny, aber es ist so, äh, und jetzt auf einmal so, oder was, nur weil sie mit so Karten umgekommen ist, also, und mit den Karten, das finde ich echt ein undichtbar. Und ich denke, Sunny, du hättest mich fragen können, du weißt ganz genau, dass ich gerne tanze und solche Veranstaltung liebe, warum, das, das machst du nur, um mir eins reinzudrücken, weil du nämlich auf einmal von Luca seine beste Freundin sein willst, auf einmal, ne? Aber, nee, so nicht, und Luca, äh, du bleibst jetzt hier, ich finde das wirklich nicht in Ordnung, du bleibst jetzt hier und isst die Schokolade, hier. Ja, ähm, äh, 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 also, ja, also, Sunny, da hat Melodie auch nicht ganz unrechtig, ich hab ihr eigentlich tatsächlich zuerst zugesagt, also, vielleicht musst du dir da jemand anderes fürs Theater suchen, sorry. Mhm, 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 also, der Luca und ich, wir gehen jetzt auf jeden Fall in dieses Tanztheater-Dingens da, äh, wie auch immer, weil, äh, der Luca, der hat mir ja jetzt auch schon zugesagt, dann steht sozusagen Gleichstand, also dann eins zu eins sozusagen, und außerdem, äh, Luca, du hättest mir auch sagen können, dass du Pläne hast, aber hat er nicht, hat er nicht. Und deswegen geht er mit mir mit, weil ich bin schon, äh, in meinen Gedanken schon, schon da. Also, Luca, komm, wir gehen jetzt. Geh. Äh, äh, nein. Nuh, nuh, nuh. Ihr geht nicht raus. Äh, Sunny, du kannst ruhig gehen. Luca, du bleibst hier. Geh, Luca. Jetzt, nee, Moment. Also, jetzt reicht's mir aber mit dem Theater hier. Theater, da wollen wir hin. Tanzi, Tanzi, Theater, Theater. Also, jetzt, sei mal leise, was hab ich mir überhaupt dabei gedacht, mit dir ins Theater zu gehen, wenn du singst ja wahrscheinlich die ganze Zeit. Das ist super. Nee, also, ganz ehrlich, du verhältst dich ja auch ein bisschen wahnsinnig, wie du dich hier vor die Tür schmeißt. Mhm, mhm, mhm. Du sowieso, ich hab auch Fehler gemacht. Also, ich würd sagen, entweder gehen wir jetzt alle oder keiner. Alle? Aber wir haben doch nur zwei Karten. Also, dann können wir nur, wir zwei gehen, weil du hast deine, die Entschuldigung bei mir angenommen, also gehen wir. Ja, gut, das eine heißt ja jetzt nicht das andere. Ich kann dir annehmen und wir gehen halt trotzdem nicht. Dann wirst du deine Karten anders los und wir machen einfach einen zu dritten Filmabend. Also, genug Popcorn hast du ja mitgebracht, Melody. Danke, Melody. Ja, mit den Tickets, also, wenn du da nicht mit willst, dann könnt ihr auch mir geben, weil ich hätte dafür Verwendung, aber jetzt will ich die auch nicht mehr. Vor allem nicht, wenn die von dir kommen, Sunny. Also, bin ich jetzt ehrlich und mit dem, ja, dann bleiben wir halt zu Hause und wenn's sein muss, dann ist Sunny halt mit dabei. Hm? Äh, ja, wir gucken aber nicht das, was du willst, Sunny. Nee, ich hab keine Lust auf irgendwelche komischen, äh, was weiß ich was für langweilige Filme. So, Popcorn? Äh, nee. Wer ist der Hungerfacker? Ja, danke schön. Was gucken wir denn jetzt für einen Film? Äh. Ja, was gucken wir denn für einen Film? Äh, keine Ahnung. Du wolltest doch einen super, super, super entspannenden Film. Ja, ich, ich wäre auf jeden Fall für einen Actionfilm oder so, damit irgendwie ein bisschen was passiert. Ihr habt schon einen Actionfilm, wenn ihr ein Krankenhaus spielt? Sollen wir nicht irgendwie, also, was ich zum Beispiel richtig cool finde, ist hier dieses Transporter oder Transformer oder wie das da heißt. Das sind zwei verschiedene Dinger. Ja, das ist... Das hat doch mit so Autos oder so was. Ja, das ist doch cool. Nee, das ist total uncool. Ja, oder doch, äh, Grey's Anatomy. Ach nee, wir können doch einfach der Grinch gucken von mir aus, das passt irgendwie zur Stimmung. Ja, also, du bist auch ein bisschen wie der Grinch heute. Du bist selber der Grinch. So, wir gucken jetzt der Grinch. Und das meine ich nur positiv, Melody. Du weißt, ich habe nur Sonnenschein für dich im Herzen. So, wir verstehen uns jetzt alle. Wir gucken der Grinch und los geht's. Okay. Ähm, Leute, was meint ihr denn? Wie hätte ich mich heute entscheiden sollen? Theater mit Sunny? Filmabend mit Melody? Die beiden ins Theater schicken und alleine Filmabend machen? Oder wie es jetzt gelaufen ist? Zu dritt. Weil die waren eigentlich schon ausverkauft und, ja, sogar die Schleife will mittanzen. Oder auch nicht. Nein. Und mit den Karten, das finde ich echt ein Unding. Melody, äh, Melody, okay. Weil du jetzt auf einmal Lukas bester Freund, äh, bester Freund, oh Gott, oder? Mhm, 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 mhm. Ja, also, du bist auch ein bisschen wie der Grinch heute. Weil du jetzt eine . , aber noch nie. Bis dann. , , , , , , ,